Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfilled Plays mit einer kleinen Runde Diablo 3 in Season 10. Ich habe mich die ganze Zeit eigentlich kaum um einen Söldner gekümmert, dann habe ich gedacht, ich muss vielleicht mal wieder nachgucken, weil mir aufgefallen ist, dass der relativ häufig gestorben ist. Jetzt habe ich eigentlich mehr oder minder eben hier nur mal ins Schmied gegangen, habe 10 Relikte rausgehauen, das Beste genommen. Da haben die Werte einfach so vom Gesamtüberblick, höchste Vita, hohe Widerstände gegen alles, 15% Blockchance, Stärke, eigentlich alles drauf, was man so braucht als Söldner. Die Waffe hatte ich noch rumliegen, die ist von meinem, den habt ihr noch gar nicht gesehen, vielleicht mal in einem anderen Video, Ist von meinem Barbaren, als Übergangswaffe war die mal für meinen Barbaren. Jetzt hat sie den Söldner, ist uralt mit 2800 Schaden, relativ schnell mit 1,4. Ich probiere hier mal Amulett und Ringkombi, vom Windrose und Schwur aus, ich weiß nicht, ob es klappen wird. Und hier ist der Ring, den er schon die ganze Zeit trägt, mit dem 84% Effekt, diesen goldenen Ringen, die da immer wieder mal kommen. Zusätzlich war da schon ein Sockel drin, und da habe ich jetzt mal Juwel des wirksamen Giftes rein, aktuell noch Stufe 0, weil ich es einfach nochmal ausprobieren wollte, und zwar das Juwel vergiftet Gegner, die getroffen werden, alle, das heißt im Prinzip auf Kontakt vergiftet, und die kriegen im Verlauf von 10 Sekunden 2000 Waffenschaden. Ab Stufe 25 wird das Ganze erst interessant für mich, das heißt im Moment ist es noch ein netter Schadensbonus, aber Ab Stufe 25 von dem Amulett verursachen alle Quellen, also auch meine, bei allen vergifteten Gegnern 10% erhöhten Schaden, und die vergifteten Monster haben einen reduzierten Schaden von 10%, also ist so für mich eigentlich Win-Win. Bei E-Light-Gegnern ist mindestens einer schon mal nicht mehr so gefährlich wie die anderen, und wenn ich Glück habe, trifft er ja zwei oder drei. Das heißt, alle kriegen mehr Schaden, da wäre ich voll für. Muss ich mal gucken, insgesamt hat er jetzt höhere Werte bekommen, ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Hier kann man auch darüber streiten, ob das unbedingt so das ist, was alle wollen. Ich wollte es unbedingt so. Hat mir schon ein paar Mal den Arsch gerettet. So, das Schild ist auch neu, hat er gekriegt. Da ist die Rüstung mal spontan um 500 höher als vorher. Zusätzlich gibt es eine Chance, dass er ein Knochenschild kriegt als Zusatzschutz. Der Sorki war schon drin, deswegen hat er auch gleich nochmal plus 70 auf alle Widerstände gekriegt, also rund ums Sorglos-Paket eigentlich. Bis auf den Ring ist jetzt tatsächlich alles neu. Und theoretisch müsste sich auch mein Schaden dadurch erhöhen. Wir versuchen das einfach nochmal. Wir sind jetzt aktuell in einem Q10. Q10. Und wir machen jetzt einfach mal ein ganz normales Nephalem. Ich brauche zudem eh noch ein paar Essenzen etc. Da kommt mir das eigentlich ganz... Ach komm, halt den Rand, als ich die Prüfung jetzt schon mehrfach gestanden hätte. Wow. Alter Vater. Das war jetzt heftig. Hallo? Boah. Komm, hol mal her. Boah. Hör jetzt. Ich habe mich nicht zu. Ich habe mich nicht zu. Okay. Ich habe mich nicht zu. Ich habe mich nicht. Hier ist ein paar Mal. Aber da kommt schon da. Ich brauche Heilung. Jo, Heilung wäre gut. Noch nicht bereit. Ich brauche ihn. Es ist so ein bisschen Hit'n'Run, aber es klappt eigentlich nur der erste Angriff, der war einfach zu heavy, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass da zwei blaue Mobs und ein goldener nebeneinander stehen. So, immer mal wieder zwischendurch ein bisschen dezimieren. Zwei goldene habe ich da gepullt, okay. Also dann waren es insgesamt sogar mehrere blaue und mehrere goldene, wie ihr sehen könnt, hier flattern gerade so die Kugeln rein. Das war jetzt schon ein bisschen zu arg. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo es hier noch alles rumfliegt. Mitten und Tats. Die Geister liken mich. Okay. 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 Ich fühle mich gesegen. 1 2 3 4 6 6 7 Wir müssen hier noch auszusehen, was liegen haben lassen in unserem Todeskampf. Okay, so gesehen habe ich Glück gehabt, dass ich nicht noch hoch bin, sonst wäre da noch mehr gekommen. Es ist so lustig, dass die alle auf einem Haufen stehen. Das macht es mir schön einfach. Geht es zu allen Ernstes hier weiter? Ach du Kacke. Ja, komm. Stirb einfach, du Loser. Das war jetzt mal ein schöner Crit. 4.300 Millionen. Ich weiß nicht, ob das jemals vorgesehen war, aber ja. So, Zielsucherkäten an. Feuer. Ihr könnt mir hier oben mal gar nichts. So, schön war's. Wow, das war ein Crit, würde ich sagen. Ja, vielleicht brauchen wir eine Brille, aber ich sah eben 7.000 irgendwas. Der Portalwächter hat euch aufgespürt. Ich gehe in die Stadt zurück. Na gut. Hat jetzt schon relativ lang gedauert auf Q10, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Portale eh mal länger dauern als die Grifts. Ähm. Ihr habt bewiesen. Ja gut. Wobei man jetzt auch sagen könnte, vielleicht hatte ich einfach Pech. Wäre vielleicht auch nur eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, ähm... Blöd gelaufen, dass da alles nebeneinander stand. Ähm. Ich habe jetzt zumindest mal ein paar Matts gefahren, bin hier ein paar Juwelen rausgezogen. Ich habe Schlüssel gekriegt. Echt ganz cool. So, jetzt haben wir auch mal wieder neun von den blöden Schlüsseln. So. Basispunkte. Immer gut. So, dann haben wir hier 2000 mehr Schaden. Jetzt drehen wir ab. Ähm. Wir haben noch genug Zeit. Einen Q10 können wir jetzt noch reinhauen. Ich denke, das wird... Oder? Ähm. Ne, das letzte Mal haben wir sogar einen Q11 gemacht. Einen Auf... Ja komm. Mach mal wieder. Mach mal wieder. Das hat das letzte Mal gut funktioniert. Es gab so viele Items. Gibt ein Q11. Jungs und Medals. Auf geht's. Auch mehr Zeit. Können wir mehr von denen finden? So, das Gute ist, ich kann mich jetzt auch wieder heilen. Das heißt, wenn die mir nicht allzu viel Schaden rausdrücken, müsste ich das schon ziemlich gut hinkriegen. So, das ist für mich ein Stück weit. So, ich bin hier noch hinten. So, das ist wie ich. So, das ist wie ich. Also ein paar Werte, die ich da durchtickern sehe 4500 Millionen Nett Ah, ok Söldner hat mich geschützt, sehr schön Also jetzt versteht ihr auch, warum die Skillung, die ich für meinen Söldner gewählt habe, Sinn macht Wenn ich zu stark droppe, dann kommt er und schützt mich Ganz einfach Ist eine Art Mini-Lebensversicherung Klar, wenn die Gegner zu stark sind, dann hilft es nix Aber hey, wenn sie so stark sind, dass es nix hilft, dann bin ich einfach falsch equipped Im falschen Schwierigkeitsgrad unterwegs Dann muss ich mir etwas anderes suchen So, erstmal Fernkämpfer ausschalten Nicht rastig So Wo geht's denn weiter Oh Oh Der ist nochmal schön. 5000 Millionen. So läuft's gut. Schön rein damagen hier. So läuft's gut. 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 Sorry Fans, aber das hat mich gerade richtig abgefuckt. Ne, ich finde sowas in Ordnung. Mörser mit extra schnell am besten noch, da krieg ich es kotzen echt. Ja, so wie diese Stachelfiecher mit extra schnell, das ist... So, du stirbst jetzt mal hier, ganz freiwillig. Und keinen einzigen hinten dran getroffen, weil er so fett ist oder was? Mein Geist wächst unermesslich. Ja, wachse. Ja. Der Portalwächter ist angekommen. Ja, komm Frankreich, du Sack. Ich sag doch, hier gibt es mehr Legis. So. Regal. Ich hab's verkackt. Scheiß drauf. Wenn ihr überall habt, habt ihr einen Edelstein? Mit Sicherheit. Ähm, die Frage ist welchen. So. Ah. Das würd ich schon? Und wir unten lassen. So, mit Miss Whisperien. Und dann? So, was du dir jetzt irgendwo abends microphone? So, ich hab's mal etwas. Das wäre auch noch nicht getroffen. Ja, ich hab's gut gemacht. Die Uralten. Der Weg vor mir ist klar. Schlechter als vorher sogar. Müft. Wat ein Müft. Man kann nicht immer gewinnen, aber es wäre zumindest cool gewesen. So, was haben wir denn hier? Sowas finde ich in Uralt. Wollt er mich verkackern? Okay, jetzt wird's interessant. Heimsuchung und Heuschreckenplage. 282%. Das könnte interessant werden. Da muss ich mir mal was überlegen. Sonst war jetzt aber nix groß dabei. Daher würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Bye-bye. Bye. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018